Also, Milot, dann mal Butter bei die Fische. Deutsch oder Englisch? Egal für mich. Rashica oder Rashica? Rashica. In Holland gibt es auch dieses Problem. Rashica oder Rakete? Das ist auf dich. Rashica oder Rakete? Rashica oder Rakete. Rashica oder Rakete. Kosovo-Vustri oder Vitesse Arnheim? Kosovo-Vustri ist mein erstes Club in Kosovo. Und Vitesse, wo ich einen großen Schritt mache. Kosovo-Vustri. Kosovo-Vustri oder Werder Bremen? Okay, I said Vustri before, so now I go for Werder Bremen. Deutschland oder Niederlande? Deutschland. Bundesliga oder Ehredivisi? Bundesliga. Sommer oder Winter? Winter. 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 Kurze oder lange Hose? Lange Hose. Nur da, kurze Hose. Berge oder Meer? Sorry? Berge oder Meer? mountains or sea mountains because i said winter before mediterian sea or north sea uh north sea no one understands this but your decision okay nba oder nfl nba miami heat or golden state warriors golden state warriors playstation or xbox playstation fifa or pro evo fifa megabit or mooba beide auber your life without mobile or your life without football without football is difficult i think without handy can be okay insta or snapchat insta insta story or post insta story jeans or jogging anzug jogging angst 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 anzug joking answer fly or kebaba flee flee oh that's the best the it's our food you will get you will get fat from that but sometimes it's okay bar or disco bar okay let's make it a little bit easier elgero elia or marco arnautovic elia eden hasard or mo salah boah both are good players i go for mo salah zidane or figo zidane luka modric or lionel messi i like luka modric i even change the shirts with him when we play national team so i go for luka modric ronaldo or messi ronaldo ronaldo or rashica 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 milot rashica or altin lala altin lala valon or veton berisha valon is one of my best friends and veton is his brother i spend most of my time with valon and national team and we are always together so i think i go for valon valon or altin lala valon berisha real madrid or barcelona real madrid man city or man united man city inter-mailand or ac-mailand ac-mailand liverpool or everton liverpool olympic lyon or paris saint germain paris saint germain nummer sieben oder nummer elf nummer sieben linker fuß oder rechter fuß rechter fuß tor oder assist assist freistoß tor oder abstauber wo was abstauber was hannover ha boah both give us six points so i think frankfurt was heim oder auswärts trikot heim trikot 5-0 oder last minute 1-0 5-0 then you can be relaxed 1-0 oder 5-4 gegentor oder notbremse gegentor i know was notbremse final tackle red card final tackle red card then maybe he missed the penalty or something meisterschaft oder dfb pokal yeah masterschaft verda oder nationalteam we are new nationalteam so i need to support my country verda quiz oder zimmerduell zimmerduell sky oder the zone if you say i have to say one i say but i have the zone the zone oder verda tv verda tv wow the best moin werder fans hat hat euch das video gefangen hey maybe you have recorded that yeah i recorded that already yeah that is one more day one more day moin werder fans hat euch das video gefangen that's perfect noch mehr videos gibt es hier ah nein 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 das ist besser